Er hat einen Rat zu wählen. Als Favorit gilt die regierende sozialdemokratische Partei SPÖ um Bundeskanzler Faymann. Offen ist allerdings, ob es eine Mehrheit für die bisherige Große Koalition mit der christsozialen ÖVP gibt. Meinungsumfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ um den zweiten Platz hin.